Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lailani, ein Boot auf Wanderschaft. Heute befahren wir den Bois-Kanal, der den Neuenburger See mit dem Mordensee verbindet. Seine Länge beträgt ebenfalls wie der Zielkanal rund 8,7 Kilometer und er zählt auch zum Ausgleichsbecken für den kontrollierten Aareabfluss bei Biel. Also, viel Spass bei der heutigen Mitfahrt auf dem Bois-Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achja, hier endet unser Film leider, weil das letzte Drittel des Kanals leider nicht mehr aufgezeichnet wurde. Wir hoffen trotzdem, dass euch dieser Beitrag gefallen hat, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Lailani, ein Boot auf Wanderschaft.